Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video auf diesem Kanal. Ihr sehen könnt, lange ist es her, genau drei Wochen, seitdem wir das letzte Video gepostet haben. Seitdem ist wirklich viel passiert und von dem werde ich euch jetzt erzählen. Da würde irgendetwas los. Und zwar vor genau drei Wochen waren wir noch voll dran mit dem Kundenauftrag, und zwar mit dem E50-Montor, der ja verbogen war. Ganz viele Sachen nicht ganz richtig waren. Konnten wir zum Glück abschliessen, wir sind zum Wölse gefahren, er hat uns geholfen, hat die Schraube wieder rausgebohrt. Wirklich Ehrenmann Nummer 1, muss man sagen. Dann in der aufkommenden Woche hat es zuerst mal komplett geregnet am Sonntag. Wir haben es dann am Mittwoch auf den Wetterbericht gesehen und wir so, wieso, ich weiss einfach wieso es jetzt regnen muss. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir das Miet um eine Woche verschieben, was auch jetzt rückblickend die richtige Entscheidung war. Denn in der aufkommenden Woche war es wirklich sehr schönes Wetter. Sonne hat Vollgas geschieden. Wir haben auch noch Würste organisiert und wir hatten auch noch Sticker. Danke auch an alle, die gekommen sind. Ich blende jetzt mal ein paar Aufnahmen vom Miet ein. Genau, wirklich von komplett originalen Mofas bis zu getunten. Gerade auch dieses eigentlich getunnte All meine Daughters war einfach Next Level. Mega geile Mofas waren da, mega geile Leute. Wir konnten uns mit euch unterhalten, war wirklich ein geiles Erlebnis. So und dann genau jetzt in dieser Woche, in der wir jetzt sind, waren wir noch an einem Treff in Waltenschwil. War wirklich mega geil. Sehr geil organisiert von Moritz, den ihr alle kennt. Wir haben viele Leute getroffen, die auch uns gekannt haben. Viele haben auch noch gesagt, dass sie gerne längere Videos haben möchten. Es ist so, ihr wisst, wir können meistens nur Wochenends schrauben. Dazu habe ich jetzt erst gerade mit meiner Lehre angefangen. Das heisst, darum machen wir jetzt auch noch alle zwei Wochen Videos und nicht mehr alle Woche. Genau, das waren jetzt eigentlich unsere letzten drei Wochen. Mal nicht Garage, mal einfach wirklich unterwegs, irgendwas Geiles erleben. War wirklich wieder sehr nice. Jetzt geht es dann weiter und zwar ist ja jetzt Anfang September. Das heisst, es wird langsam Zeit, sich über das Rennmaxi zu unterhalten. Wir konnten jetzt ein bisschen Geld zusammensparen und wir gehen langsam in die richtige Richtung. Und es wird auch vielleicht nochmal ein Garage-Update geben. Ich will aber hier nicht zu viel sponsern, wie wir wissen. Wir sind nicht Profis, das können sich alles noch ein bisschen etwas ändern. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr weitere Fragen habt, runter in die Kommentare. Und wir sehen uns gleich oder bald mit einem geilen Projekt.